Nummer 6. Fangen wir an mit einem Klassiker. Diese Teekanne hier füllen wir gerade komplett mit Erbsen auf. Was denkt ihr, wie viele Erbsen befinden sich in der Kanne? Die Lösung, in der Kanne befinden sich 5700 Erbsen. Nummer 5. Dieses rote Auto hier beschleunigt jetzt auf eine Geschwindigkeit und hält diese konstant. Was schätzt ihr, wie schnell ist das Auto? Die Lösung, das rote Auto ist mit rasanten 60 Kilometern pro Stunde unterwegs. Und die Nummer 4. Dieser Ball hier wird jetzt geschossen. Was schätzt ihr, wie weit schießen wir den Ball? Die Lösung, der Ball liegt jetzt etwas über 7 Meter von seinem Abschussort entfernt. Kommen wir zur Nummer 3. Diese schwarze Kiste ist bis oben hin mit Büchern gefüllt. Unsere Frage, wie viele Bücher befinden sich in der Kiste? Und die Lösung ist, in der Kiste befanden sich 30 Bücher. Und die Nummer 2. Hier haben wir einen See. Was schätzt ihr, wie breit ist der See an seiner breitesten Stelle? Die Lösung an seiner breitesten Stelle ist der See 694 Meter breit. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Auf diesem iPad läuft seit fast einer Stunde eine Playlist mit Made-My-Day-Videos. Zu Beginn war das iPad voll aufgeladen. Was schätzt ihr, wie voll ist der Akku nach genau einer Stunde? Und die Lösung ist, der Akkustand liegt jetzt bei 81%. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres cooles Rätselvideo für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!